Die Sendung wurde live untertitelt 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 Es sind Schüsse gefallen, los Durch dieses Tor kommen wir rein Schieß auf die Lampe, wir nutzen die Dunkelheit für Deckung Schieß die Lampe aus Gehen wir Al-Qatala voraus, nicht schießen Zu viele, bleibt in Deckung Malte das Licht Weiter, bleibt unsichtbar Wir müssen den Strom kappen, benutzt den Sicherungskasten an der Wand Rückzug ist abgeschnitten Schieß die Lampe aus, das wird sie ablenken Warte bis sie gehen Okay, sie trennen sich Zwei auf der rechten Seite, erledigen wir die zuerst Alles gesichert, weiter Da vorne ist der Aussichtspunkt Warte am Aussichtspunkt Finden wir heraus, womit wir es zu tun haben Was haben wir, Boss? Haupthaus ist friedlich Aktivitäten am Hohrenturm In der Kirche und beim Pool Abseilen Ich behalte dich im Auge Ich habe keine Ahnung, wovon sie reden Schütt sie aus Alles sicher Vorsicht, sie sind in der Überzahl Aber du kannst dich zurückziehen, wenn es zu haarig wird Klingt, als hätte Al-Qatala eine Geist Über den Pool ist ein Oberlicht So kommst du zu den Gefangenen Uhrenturm voraus Suche einen Sicherungskasten Den Strom zu kappen wird uns ein Vorteil verschaffen Gut gemacht Suche beim Uhrenturm nach dem Gefangenen, Anni Suche beim Uhrenturm nach dem Gefangenen, Anni Suche, suche, suche Der Gefangene ist am Uhrenturm Die rein und räum auf Ich habe die Lampen für dich ausgeschossen Die Kirche ist im Osten Sie waren nun angefangen an in der Kirche Gute Nacht Suchtrupp Adias Leute Sie suchen noch Dann sind wir nicht zu spät Holen wir uns Adia Bevor ihr im Barkovs Keller am dritten Weltkrieg anzettelt Bleibt dran Alles ruhig Also hat Adia bereits die Kontrolle Ob Barkov hier ist? Geh davon aus Wenn nicht Dann bald In Barkovs Haus wird es vor Alcatal ab innen Am besten nutzen wir die Dunkelheit Bleib unsichtbar und greif nur an, wenn du musst Wenn Adia in Barkovs Haus ist, müssen wir versuchen, ihn zu finden Es sind Schüsse gefallen Los Durch dieses Tor kommen wir rein Gehen wir Alcatala voraus Nicht schießen Zu viele Bleib in Wirkung Malte das Licht Wir sind Schauen Schauen Wir können Schauen Ich bin ein Schiff, aber ich bin ein Schiff. Nein! Ich bin ein Schiff, aber ich bin ein Schiff! Der Rückzug ist abgeschnitten. Schießt die Lampe aus. Das wird sie ablenken. Warte, bis sie gehen. Okay, sie trennen sich. Zwei auf der rechten Seite. Erledigen wir die Schreie. Und jetzt die anderen. Alles gesichert. Weiter. Da vorne ist der Aussichtspunkt. Warte am Aussichtspunkt. Finden wir heraus, womit wir es zu tun haben. Was haben wir, Boss? Haupthaus ist friedlich. Aktivitäten am Uhrenturm, in der Kirche und beim Pool. Abseilen. Ich behalte dich im Auge. Ich hab keine Ahnung, wovon sie reden. Schütze sie aus. Alles sicher. Vorsicht, sie sind in der Überzahl. Aber du kannst dich zurückziehen, wenn es zu haarig wird. Uhrenturm voraus. Den schnapp ich mir. Er ist erledigt. Klingt, als hätte Al-Katalani Geisel. Sieh nach, ob er dir da ist. Vielleicht hat er Barkov. Sieh nach. Sieh nach. Sieh nach. Sieh nach. Sieh nach. Sieh nach. Ich kann dir noch ein paar Rippen brechen. Wo ist das Labor? Ich weiß nicht. Sieh nach. Sieh nach. Sieh nach. Sieh nach. Wo ist es? Das tut es. Mach nur weiter, doch. Lid weiter. Du machst es nur noch schlimmer. Sieh mich an. Mein Tocht ist er dran. Ich weiß nicht, du warst. Das ist die Ferse. Schwer nach. Ich weiß nicht. Du bist du gleich weg. Ich werde dir nicht totdrücken. Selbst wenn du mit dem Standort herrn. Sieh nach. Ich kann dir rauf. Ich kann dir rauf. Das ist die Ferse. Aber sie haben eine Geisel. Was ist das? Finde heraus, was die Geisel sagt. Jede Information kann uns zu Barkov führen. Sieh, ob der Geisel noch sprechen kann. 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 Ich habe die Lampen für dich ausgeschossen. Sie ist verschlossen. Versuche, einen anderen Weg zu finden. Sieh, ob der Geisel noch sprechen kann. 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 Ich verrate. Sieh, ob der Geisel noch sprechen kann. 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 So kannst du besser unentdeckt bleiben. Sieh, ob der Geisel noch sprechen kann. 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 Der gehört mir. Gern geschehen. Du nährst dich der Kirche. Sie verhören Angefangenen in der Kirche. Suche einen Sicherungskasten. Ruhmzug haben wir uns einen Vorteil verschaffen. Gut gemacht. Wo ist das Labor? Gute Nacht. Auf! Auf die ganze Nachtzeiten. Der da gehört mir. Egal. Siehst du das? Den schnapp ich mir. Ganz schön frech. Wo ist der? Du wirst es mir sagen. Wir wissen von den Zivilwaffen, die deine Leute hergestellt haben. Der gehört mir. Das hört nicht. Das hört sich nicht. Mit diesem Sicherungskasten kannst du den Strom für dieses Gebäude abschalten. Siehst du das? Du musst mir nur sagen, wo Bartho bist. Ich will sein Standort. Wo ist der? Du wirst es mir sagen. Du wirst es mir sagen. Wir wissen von den Zivilwaffen, die deine Leute hergestellt haben. Ich will sein Standort. Ich will sein Standort. Wo ist der? Die Kirche liegt im Norden. Die Kirche liegt im Norden. Du wirst es mir sagen. Du wirst es mir sagen. Wir wissen von den Zivilwaffen, die deine Leute hergestellt haben. Guter Schuss. Wo ist das Labor? Aus. Ich habe die ganze Stimme Nacht. Ich habe die ganze Stimme Nacht. Wo ist er? Du wirst es mir sagen! Wir wissen von den Chemiewaffen, die deine Leute hergestellt haben. Klingt, als wäre ein Gefangener an der Kirche. Weiß nicht mehr, wo deine eigenen Fültungsinstrumente sind. Wo ist das Labor? Auf! Ich kann die ganze Nacht zeigen. Siehst du das? Ich will keinen Standort. Wo ist er? Was ich erwarten, wer hat sich von rechts? Du wirst es mir sagen! Wir wissen von den Chemiewaffen, die deine Leute hergestellt haben. Sie verhören Angefangenen in der Kirche. Wo ist das Labor? Die Kirche ist im Osten. Willst du das? Ich will nur sagen, wo war es? Ich will einen Standort. Wo ist er? Mit diesem Sicherungskasten kannst du den Struck für dieses Gebäude abschalten. Lass sich nicht öffnen. Such dir besser einen anderen Weg. Ausgesperrt. Du wirst einen anderen Weg finden müssen. Überprüft die Kirche. Da drin haben sie noch einen Gefangenen. Wie ist das? Wie ist das? Du musst mehr Blut haben! Ich weiß es nicht! Überprüft die Kirche. Da drin haben sie noch einen Gefangenen. Wie ist das? Du musst mehr Blut haben, wo war es? Ich will deinen Standort. Wo ist er? Du wirst es mir sagen! Wir wissen von den CV-Waffen, die deine Leute hergestellt haben. Hat keine Sicht. Weißt du, wie er tut eine eigene Tötung? Wo ist das Labor? Hat er es nicht? Wir schärfen diese Vorrat. Wir wissen von den CV-Waffen. Nein! Wir wissen von den CV-Waffen, die deine Leute hergestellt haben! Ich habe keine Sicht. Du wirst doch bitte allein gar nicht! Aber hier ist nichts zu sehen. Es ist eine weitere Geisel. Wo ist das Labor? Ich habe die ganze Nacht Zeit! Nein! Ja! Warte jetzt! Ich pass mal. Weiß sie! Du wirst doch schon aufpassen! Am Ende! Was? Was? Ich... Ich... Ich weiß nicht. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Was ist das? Wie ist das denn, wenn du mit dem Weg bist? Wenn du mit dem Weg bist, bist du mit dem Weg bist. Was ist das für dich? 1, 2, 1! Das war's für heute. Scheiße, Captain. Die Geiseln gehören zu Barkovs Familie. Barkovs Leute waren in Adiers Haus. Jetzt ist er in ihrem. Geh zum Pool. Wenn sie alle Geisel haben, wird sie nicht mehr lange am Leben bleiben. Ich kann nicht. Nein. Nein, nein, nein. Wo willst du hin? Lass mich bitte nicht hier. Bitte. Bitte, geh nicht. Ich habe Sichtkontakt zu dir. Er ist erledigt. Gern geschehen. Geist, Scherz, Scherz. Gern geschehen. Richard Dirk, Scherz. Gern geschehen. Gern geschehen. Karl von Gern. Gerag dacht, Scherz. Gern geschehen. Ich habe die Lampen für dich ausgeschossen. Du nährst dich durch den Pool. Ich habe die Lampen für dich ausgeschossen. Ich habe die Lampen für dich ausgeschossen. Du nährst dich durch den Pool. Ich habe die Lampen für dich ausgeschossen. Mit diesem Sicherungskasten kannst du den Strom für dieses Gebäude abschalten. Die Lampen für dich ausgeschossen ist eine Stimme. Klingt im Pool. Geh rein und hol ihn raus. Sichtkontakt verloren. Bleib unten, ja? Finde, Fahre zu seiner rechten. Feind zu seiner linken. Ich sehe keine zu deiner rechten. Bleib sauber! Erleichter mich! Kein Anzeichen von Hadir. Der heraus, ob die Geisel Barkov verraten hat. Ich sehe keine zu deiner rechten. Warte, er ist die Sichtweite eines anderen Seals. Hab Sichtkontakt zu dir, Kyle. Ich sehe keine zu deiner rechten. Zauberer Treffer. Pass auf, er ist nicht allein. Zauberer Treffer. Warte, er ist in Sichtweite eines anderen Ziels. Zauberer Treffer. Zauberer Treffer. Sichtkontakt verloren. Sie sind vorkommlich gestoßen! Kein Anzeichen von dir. Finde heraus, ob die Geisel Barkov verraten hat. Zu alter Stock. Sie haben ihn gebrochen. Er sagt, der 2. Stock, 4-5-1. Mehr Informationen haben wir nicht. Geh nach ganz oben im Haus. Wir treffen uns dort. Zweiter Stock. 5-5-1. Hier sind die Platz für den Emschans Fußballstadion. Ab in den zweiten Stock sofort. Ich arbeite daran. Geh dich in den zweiten Stock. Wir müssen uns ballen. Er wurde nicht mehr. Wir dogscellen uns. Hier geht es aus! Hi! Hier ist jetzt alles beleuchtet wie in einem scheiß Fußballstadion. Ab in den zweiten Stock sofort. Ich arbeite daran. Geschafft, ich bin drin. Wir müssen uns bei. Ich bin unterwegs in den zweiten Stock. Verstanden. Feuer einstellen. Ich bin oben. Die Tür öffnet, Sergeant. 4-5-1. Sie sind wirklich. Nun. Bitte, ich wusste nicht, dass ihr es seid. Er ist nicht hier. Deine Familie war es. Schützt ihr ihn etwa? Nein, wir holen dich. Komm. Wartet, ich bin nicht euer Feind. Seht. Ich weiß, wo das Gas herkommt. Ich habe den Standort. Das ist Barkovs Chemiefabrik. Ja, ich will sie zerstören. Wir sind auf derselben Seite, Kämpfer. So nicht. Dann helft uns. Bitte, helft meiner Schwester. Leise. Bruder! Ich kenne einen Ausweg. Die Tunnel im Norden. Ich habe dich im Auge gehabt. Ihr verarscht mich nicht. Die Tür klemmt. Kein. Die Tür klemmt. Schnell. Das war ein Stich ins Westen, Estadir. Dafür wird Barkov kaputt erfordern. Ach, los. Wir müssen hier weg. Sofort. Schieß weiter auf die Russen. Hilf gerne. Geh Bedeckung. Bist du verletzt? Auf die Beine. Wir verschwinden hier. Auf die Beine. Wir verschwinden hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Wir verschwinden hier. Auf die Beine! Wir verschwinden hier! Der Ausgangstunnel ist im Norden. Weiter! Ja! Erster Schock! Zu oben! Wir müssen abbringen! Sie verlassen die Deckung! Still! Geht durch die Gebäude, los! Geht durch die Gebäude, los! Geht durch die Gebäude, los! Geht durch die Gebäude und los! Sie schießen! Der Heli hat sich abgeführt. Ich sehe den Tunnel. Faketen, wir waren los. Verschlossen. Reiß ich noch auf den Verbrechen. Entdeh'n hier. Ja, es geht hier. Faketen, wir waren los. Sammel dich. Mir ging's nie besser, Sir. Ihr greift mit mir das Labor an, ja? Vergiss es. Du bist erledigt. Captain! Für dich gibt's kein Zurück, Hadir. Das weißt du. Aber ihr tut das Richtige, ja? Boss, wir bringen das zu Ende, oder? Wir brauchen Hilfe. Hoffen wir darauf. Geh! Captain, bitte, geben Sie Farah die Pläne. Das schulde ich ihr. Du schuldest es der ganzen Welt. Was kümmert mich die Welt? Ich tat es für meine Schwester. Baseplater 06. Verbündetes Flugzeug 40 von Süden auf 180. Hofnahme Roger 1. Roger. Das ist Laswell. Was macht sie hier? Ich höre ich ihr Blut. Laborinfuss. Behalte die. Ja, Sir. Was zur Hölle soll das? Ein Schlussstrich. Wir liefern ihn aus. An wen? Russland. Ein Austausch. Kein Austausch. Was ist los, Boss? Moment. Machen Sie keine Schwierigkeiten, Captain. Dann geben Sie mir keinen Grund. Das ist ein Stellvertreterkrieg. Wir sind alle nur Spielfiguren. Sie sprechen für sich. Hände gehen aus. Ja, Sir. Aktiv. Bei dir für sie. Infos sind meine. Was immer sie vorhaben, ich kann helfen. Ich werde mich bei ihnen melden. Untertitelung. BR 2018